es gibt mal wieder neuen zuwachs an waffen diesmal mit dem sepia tor alpha und wie der so ist werden wir bei arty jetzt herausfinden also bis gleich hallo hallo wie kann ich dich bewaffnen ich habe hier die feinste auswahl an waffen überhaupt schau dich ruhig um für dich jetzt am angebot sepia tor alpha der sepia tor alpha hat eine relativ geringe reichweite doch dafür ist er umso fixer aufgeladen geht da werden vom detektor enttarnt und so zur leichten beute für dein team und dich wenngleich der sepia tor alpha zu den distanzwaffen zählt ist er dank koste ladezeit und tippenrüstung auch im nahkampf gefährlich wenn du auch im nahbereich mit einem konzentrator umgehen kannst dürfte dieses set die entgegen kommen den werden wir gleich kaufen und anlegen und dann werden wir herausfinden wie sich der im revierkampf sowohl als auch im rangkampf spielen lässt also bis gleich zur ersten runde im revierkampf da sind wir nun in der buggelballpiste und dann bin ich mir gespannt wie sich der sepia tor alpha so spielen lässt hoffe dass das internet gut mit war weil ich hatte irgendwie in der nacht irgendwie über die probleme gehabt ich weiß auch nicht ich hatte nur noch die season des kunstens vergessen die ganze zeit aber gut bis jetzt lässt sich die sniper auf jeden fall gut spielen mit etwas geringere reichweite aber irgendwie ich weiß nicht ob wir das nur so kommt oder so irgendwie war die reichweite immer so oder ist die reichweite jetzt ein ticken besser geworden so ein bisschen ich weiß es nicht ist so lange zeit her dass ich mit dem gespielt habe scheiße da war noch jemand hat nur eine hitmarke bekommen aber dass ich den wenigsten ist denn eingetroffen hat das war lack ich habe zwar gesehen aber ja es war einfach nur lag ich habe es nicht so richtig geämmt einfach nur so auf gut glück irgendwie getroffen aber gut irgendwie damals ich konnte mit dieser etwas mini snipe oder so etwas deutlicher umgehen als mit einer normalen snipe als mit dem text konzentrator geht die elita 4k die früher 3k warum auch mal 4k das ist was mit der grafik zu tun ich glaube ich nicht gleich konzentration ja kommt da einer von hinten ich habe meine tippe nur so gefallen warum warum setzt sich die nicht ein und die sende können wir auch von zur scheiße beleuchten da sieht man meine hacke fress fast gar nicht was soll denn der scheiß das sieht so komisch was ich habe keinen screen oder ähnliches wäre für mich auch etwas unpraktisch ja komm ich warte jetzt extra komm das machen die meisten sowieso alle vier teamkollegen sind auch da ich muss jetzt so machen ich war jetzt so ein bedrängnis wie ich sogar gerade sehe sehen hier nur airbrush alter was ist los die app ist nicht neu ich bin der einzigste der hier mit einer anderen waffe gerade spielt warte fahrt bisschen übertrieben beim regenschauen konnte ich es noch nachvollziehen so punkt 4 uhr in der früh die lobby war voll mit denen könnten wir auf jeden fall noch gewinnen ich denke mal dass es noch sehr gut aussieht naja wobei mittelmäßig ne kommt man hier will ich jetzt noch das wurde dann jetzt nichts draus ich habe gesehen dass der külligen punkten geworfen hat aber irgendwie aber irgendwie keine ahnung es war komisch und ich wenigstens recht viele gekillt 3 naja ich muss die facecam doch woanders hinschieben für die anzeige ist es ein bisschen nichts zu erkennen kommt darauf an welchen platz ich dann bin da muss ich doch woanders hinschieben aber gut das war's in der runde machen wir dann in der nächsten runde im kampf weiterhörter ums gleich ach man wie ich die map rotation eigentlich übelst hasse und geht damals waren alle vier stunden jetzt in zwei stunden macht das ganze nicht besser als krieg ist doch wenigstens auch gebacken aber warum dann zwei mess wenigstens wenn schon diese beschissene reputation dann wenigstens drei oder vier aber nein nintendo hat wahrscheinlich kein bock drauf einfach die leute einfach frei wählen zu lassen den ersten haben wir schon mal aber dann wunderbar läuft doch naja für den anfang wenigstens kann man damit schnell schießen das wenig wenigstens sogar sehr gut das ist wunderbar das freut mich oh was für luckshot haha schon wieder was für ein rumgejumper mache ich denn hier bitte schön ja völlig cool ne habe mich zum glück beeilt so schnell wie es ging und es war leider mehr mehr oder weniger erfolgreich aber tut mir leid dass es in der facecam jetzt zu viel licht ist es beschissene wettersagen schuld na gut dann habe ich halt kassiert aber wenigstens sind es nicht alle spieler aus dem letzten match aber wirklich ich hatte einzigste mit der anderen waffe und hier einer hatte die andere airbrush archie oder wie die jetzt hier ist keine ahnung auf jeden fall die goldene was sollst du airbrush alter the fuck scheiße scheiße ich setze jetzt trotzdem einen scheiß drauf egal ich versuche jetzt auch noch irgendwas zu reißen auch wenn es sowieso nichts mehr danach aussieht das ist so heftig ey das ist so heftig ja schon von hinten ne da steht ja doch drauf du kannst auch mit wunderbar da bist ne übung und dann und dann kriegst auch hin und dann kriegst auch hin alter ja wir wurden übelst geraped ja übelst richtig unnormal aber ich habe wenigstens siegen kills gemacht also wenigstens etwas ne ja ok ja zwei jahren im revierkampf haben wir es mitgemacht einmal gewohnt glaube ich ne zweimal verloren aber vielleicht wird es im rangkampf besser wo ich noch nicht weiß was für was für modus überhaupt da ist naja wir werden es ja gleich sehen also wir sehen uns gleich im revier ne ja auf jeden fall sehen wir uns gleich wieder bis dann hoffe dass es jetzt im rangkampf etwas besser läuft operation goldfisch einer sogar meine leblings modus irgendwie sogar finde ich bin mal gespannt ob sie was bringt mit das nahe zu spielen bei so einem modus wie operation goldfisch wird es wahrscheinlich etwas schwieriger aber eher so ein modus wie bei tom kommando wird es besser ablaufen wo da geht er ab da geht er ab läuft er kommt du auch noch hei komm was war das für ein scheiß übertrieben ich hab den noch nicht mal gesehen wo der wort war ne komm ich warte jetzt ich warte jetzt dass die anderen zwei werden jetzt hier respawn das bringt sowieso nichts gerade im rangkampf und let's go hey alter was hier los ist chillt euer leben alter alter legt mich was hat was willst du dir ein alter da bis dich ohne witz betreibt noch mehr wir hatten zwar mal die goldfischkanone gehabt aber wir sind damit nicht weiter fortgeschritten scheiße ich krieg den nicht man das ist doch hier alles übertrieben was ist denn das man es läuft auch heute gar nicht überhaupt nicht alter alter Komm schon, das darf nicht wahr sein Wenigstens habe ich dafür gezogen, das hat nicht so viel gebracht Alter, was haben wir hier für ein beschissenes Gegner-Team Oder halt die Teammates, je nachdem Alter, wagt euch die Herzen, komm, ich geh jetzt hier nach oben, das ist mir zu doof Alter, was soll der Scheiß Boah, nee, das darf echt nicht wahr sein Ich könnte jetzt hier Beleidigungen raus haben, ein bisschen geht nicht mehr, ey Aber ich lass es Ja, Mann Schluck die Tinte Oh, das darf echt nicht wahr sein, ne Das wird überhaupt nichts mehr, das können wir vergessen Ich kann doch noch irgendwas versuchen, aber das wird nichts mehr Das ist wirklich so ein Rotz manchmal, ne Dass wir nur überhaupt nicht vorwärts kommen Ey, es kann doch echt nicht sein Dass also das Gegner-Team so in unserem Spawn einfach so kämmt, Alter Das ist so ein Rotz, ey, ne Es kann nicht sein Manchmal ist der Abfuck schlechthin, ohne Witz Ähm, kann ich auch nicht, weil ich so doof bin Näh, das Aber wir haben jetzt eine Versuchung irgendwie nach vorne zu pushen Das wird nichts bringen Schade Aber das Pushen hat was gebracht Das Pushen hat schon was gebracht, muss ich sagen Ah, fuck Ach, Mann, ey Ich hab schon die Hoffnung komplett verloren Denn der Push zum Schluss Vielleicht hätte ich noch so gedacht Wir könnten jetzt ein wenig toll noch rumreißen Aber dem war dann leider doch nicht so Ach, Mann War aber ein schöner Versuch gewesen Aber naja Letzte Runde Mal schauen Bis jetzt habe ich überhaupt keinen Lack gehabt Beziehungsweise auch Das Team, womit ich dabei war Und ja, mal schauen, ob es in der letzten Runde im Rangkampf pass wird Also bis gleich So Letzte Runde Rangkampf Ich muss jetzt das Licht jetzt etwas Ja Ich hab dafür eine Idee gefunden Sag was mal so Ja Versuchen wir es jetzt einfach mal Noch in der letzten Runde Jetzt wird er hier in das Dorf werft Alter Zweimal In jeweiligen Gründen Immer Dasselbe Map Mann Aber naja, gut Besser als nichts Hier ist jetzt noch Normaler Normaler Schleiber Werte Die Reichweite Jetzt etwas besser Aber egal Alter Nee, danke Ich will nicht so viel Risken, dass man da Hier lasst es mal Das darf doch nicht wahr sein Ich hab meine Ulti fast voll Damit so ein kleines bisschen hätte mir noch gefehlt Komm, geh weiter Geh Ah nee, warte mal Das ist das Gegner-Team Was soll der Scheiß Äh, wie ich schon wieder die Schnauze voll hab, ne Alter Meine Fresse Das ist so schlimm Überhaupt kein Lack, ne Überhaupt kein Lack Überhaupt nicht Meine Fresse Was ist denn hier, Mann? Dazu überhaupt noch irgendwas zu sagen Ist einfach Nee Ein Doppelkill Assists werden Dummerweise Mitgezählt Warum auch immer Aber okay Wir haben nur Einmal Kontakt mit der Gebarrt gehabt Es kann doch nicht sein Dass wir hier Immer nur am Verlieren Seien Meine Fresse Ja, was willst du mit deinem Scheiß Schwabber, Alter Ja, völlig cool mit deiner Scheiße Ach Alter Mann Ist wirklich so zum Kotzen, ey Ich bin kurz davor Ich bin kurz davor Ich bin praktisch So kurz davor Zu eskalieren, ey Alter Nein Die Tore bringt sowieso nicht Was machst denn du hier hinten? Mann Heute ist echt so Boah Ich kenne jeden 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 Gegner Der mich aus dreister Art tötet Könne ich sowas von direkt In die Fresse treten, ne Das Frust ist einfach nur Permanent Zu Tode Ja, Mann Wenigstens irgendwie getötet Ach, das wird doch sowieso auch nichts, Mann Das ist irgendwie einfach nur zum Kotzen, ne Ja, kommt noch einer von hinten Kamera, stell dich scharf Dankeschön Versucht wenigstens irgendwas zu reißen, kommt schon Schwabber, nervig, verpässt dich Alter Ja Was soll ich dazu noch sagen, ne Ich lasse es einfach alles unkommentiert Mir reicht es Mir reicht es Einfach Wird sowieso nicht, das heißt jetzt schon War doch klar War doch klar Wunderbar Ich sehe schon Auch jetzt OBS Seit dem neuen Update oder so Wenn ich laut werde, wird es rot Aber das juckt mich nicht Dann ist halt mal ein bisschen übersteuert Das juckt mich jetzt nicht Weil es einfach nur lexerlich ist Oh, Mann 10 Kills Noch nicht mal verdient 10 Kills Weil ich scheiße schlecht war Wenigstens noch ein paar Trostpunkte ein Dass die mir einen scheiß gebracht haben Ach komm Ich spare mir das Und ja, komm lecken Ja Ciao, macht's gut Bis zum nächsten Mal Mehr ist nicht drin Weil mich das so Abgefuckt hat Ey, Frust Ist auf jeden Fall dabei Und ja Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal